Heute gibt es eine Deutsch-Hörübung. Zehn Tipps gegen Müdigkeit. Ich glaube, wir kennen das ja alle. Manchmal haben wir keine Energie, sind sehr kraftlos. Und heute stelle ich einige Tipps dagegen vor. Und ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, Nummer eins, welche Tipps ihr schon kennt? Nummer zwei, welche von den Tipps findet ihr sehr nützlich? Und Nummer drei, hast du vielleicht noch andere Tipps? Wenn ja, dann schreibe sie bitte in die Kommentare. Also dann starten wir mal mit der Nummer eins. Hast du das gewusst? Du könntest gegen Müdigkeit Kaugummi kauen. Wenn wir Kaugummi kauen, dann erhöht das den Herzschlag und regt somit auch die Durchblutung im Gehirn an. Na, was hältst du von dem Tipp? Hast du das mal probiert? Ja oder nein? Schreibe es in die Kommentare. Weiter geht's mit Tipp Nummer zwei. Du könntest gegen Müdigkeit auch deine Ohrläppchen massieren. Das nennt man auch Akupressur. Massiere einfach deine beiden Ohrläppchen für kurze Zeit, vielleicht für ein paar Sekunden mit deinem Daumen und mit deinem Zeigefinger. Du kannst auch ein bisschen an deinem Ohrläppchen ziehen. Und auch das regt die Durchblutung im Körper an. In anderen Worten, du fühlst dich ein bisschen munterer und wacher. Ich kann mich erinnern, als ich in der Volksschule war, also ungefähr sechs Jahre alt war, habe ich diesen Tipp von meiner Lehrerin gelernt. Ich habe es auch einige Male so gemacht, aber ich fand es nie so wirklich nützlich. Was sagst du dazu? Tipp Nummer drei. Trinke Wasser. Hast du vielleicht vergessen Wasser zu trinken? Das kann auch ein Grund sein, warum du dich so müde fühlst. Ein guter Tipp ist auch, immer eine Wasserflasche dabei zu haben. Und wir gehen zu Tipp Nummer vier und bleiben gleich beim Wasser. Geh zum Waschbecken und lass kaltes Wasser auf deine Handgelenke rinnen oder wasche einfach dein Gesicht. Denn auch diese kalte Erfrischung regt den Kreislauf an. Du kannst aber auch einfach eine kalte Dusche nehmen. Manche Leute machen das ja gerne am Morgen. Und besonders im Sommer, wenn es wieder sehr heiß wird, erfrischt das kalte Wasser oder eine kalte Dusche besonders wieder den Geist. Tipp Nummer fünf. Steh auf und mach ein bisschen Stretching. Stretching ist ja ein englisches Wort. Auf Deutsch können wir auch Dehnen sagen. Hast du vielleicht einen Bürojob oder musst du in deiner Arbeit sehr viel sitzen? Dann ist ein sehr, sehr guter Tipp, mal richtig durchzudehnen. Durch das Dehnen der Handgelenke, der Arme und Beine wird auch wieder die Blutzirkulation im Körper verbessert und dadurch fühlst du dich wieder ein bisschen munterer. Und dehnst du, wenn du dich müde fühlst? Schreibe es in die Kommentare. Jetzt haben wir schon fünf Tipps gehört und diese Tipps haben meistens mit der Blutzirkulation zu tun. Der Blutkreislauf soll wieder angeregt werden. Das ist mal eine ganz grundlegende Information dazu. Und jetzt verrate ich euch den Tipp Nummer sechs. Frische Luft. Geh ins Freie, geh nach draußen und atme tief durch. Wenn du gerade nicht rausgehen kannst, dann öffne mal das Fenster. Am besten ist natürlich, hinauszugehen, einen kurzen Spaziergang zu machen und tief durchzuatmen. Ungefähr 15 Minuten leichte Bewegung ist perfekt, um sich danach ein bisschen wacher zu fühlen. Und nicht nur ins Freie gehen, sondern sich auch ein bisschen von der Sonne bescheinen zu lassen, hat einen sehr, sehr guten Effekt auf den Energiehaushalt. Bei Tipp Nummer sieben geht es ums Essen. Wenn du müde bist, dann versuche Lebensmittel zu essen, die leicht verdaulich sind. Denn für schwer verdauliche Lebensmittel braucht der Körper noch mehr Kraft und du wirst dich noch müder fühlen. Das heißt, ein Apfel oder eine Banane ist besser als Schokolade oder irgendwas sehr fettiges. Obst und Gemüse erfrischen generell besser, wenn man müde ist. Und Tipp Nummer acht hast du sicher schon gehört. Das ist der klassische Power Nap, das Mittagsschläfchen. Besonders wenn man in der letzten Nacht schlecht geschlafen hat oder sich einfach schläfrig fühlt, dann ist ein Power Nap eine super Methode. Es reichen schon ein paar Minuten, fünf oder zehn Minuten, um deine Akkus wieder aufzuladen. Power Nap ist auch ein Anglizismus, hört man aber oft. Auf Deutsch kann man einfach ein Nickerchen sagen. Machst du manchmal Nickerchen zwischendurch über den Tag verteilt? Schreibe es in die Kommentare. Teile es mit mir. Zum Beispiel, wenn du in der Arbeit bist oder von der Arbeit nach Hause kommst, machst du dann manchmal ein kleines Nickerchen, ja oder nein. Man sagt aber auch, dass man bei einem Power Nap nicht länger als 30 Minuten liegen bleiben soll. Denn wenn man zu lange schläft, dann fällt der Körper in eine Tiefschlafphase. Und wenn du dann wieder munter wirst, wirst du dich noch müder als vorher fühlen. Das heißt, nicht zu lange Power Nap machen. Tipp Nummer neun Musik Musik kann nicht nur unsere Stimmung, sondern auch unseren Energie Level beeinflussen. Das heißt, mit Musik kannst du wieder munterer werden. Vielleicht solltest du schnellere Rhythmen und nicht eine Schlafmusik auflegen. Und Tipp Nummer zehn eine Runde Fitnesstraining. Du musst jetzt kein schweres Fitnesstraining machen, sondern es reicht schon, wenn du ein paar Kniebeugen oder ein paar Liegestütze machst. Wenn du die Möglichkeit hast, dann gehe in den Park und laufe eine Runde. Der Sport erhört deine Herzfrequenz und du wirst wieder mehr Energie haben. Aber auch hier gilt, wenn du zu viel Sport auf einmal machst, wirst du zu müde. Das heißt, es hat den gegenteiligen Effekt. Ein bisschen ist genau das Richtige. Oder benutze einfach die Stufen anstatt mit dem Aufzug zu fahren. Das macht dich sicher wieder munterer. Und das waren meine zehn Tipps gegen die Müdigkeit. Na, wie findest du sie? Schreib es in die Kommentare. Bitte sag mir, welche Tipps du nützlich findest. Welche Tipps hast du schon einmal ausprobiert? Und welche Tipps würdest du weiter empfehlen? Schreibe es in die Kommentare. Ich freue mich sehr. Das war die Deutsch-Hörübung von heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute und Ciao!